Templates sind Vorlagen, die Sie erstellen können, um sie in einem Experiment schnell einzufügen. So kann im Arbeitsalltag Zeit gespart werden. Haben Sie beispielsweise bestimmte Protokolle oder Formulare, die Sie immer wieder benutzen, können Sie diese einmalig als Template erstellen. Nach dem Erstellen können Sie diese dann an der gewünschten Stelle einfügen und weiter bearbeiten. Diese Vorlagen können dann von den Arbeitsgruppen genutzt werden, um ein einheitliches Vorgehen bei Standardprozessen wie einer PCR oder Western Blot sicherzustellen. Gleichzeitig können die Vorlagen in der Lehre genutzt werden, um Studierenden den Einstieg in die Arbeit im Labor zu erleichtern. So kann das ELN durch Templates als ein Learning Tool genutzt werden. In unserem Use Case benutzen wir beispielsweise immer wieder das UGSB-Blatt, um es mit weiteren Forschungsdaten anzureichern. UGSB steht in diesem Fall für University of Gießen Systematics and Biodiversity Collection. Da diese Tabelle zudem auch über dieses Projekt hinaus verwendet wird, lohnt es sich hierfür, ein Template zu erstellen. Um in LabFolder ein Template zu erstellen, klicken Sie auf Manage und dann auf Templates. Sie gelangen dann zu einer Übersicht, in der alle von Ihnen und Ihren Gruppenmitgliedern erstellten Templates angezeigt werden. Wie beim Erstellen eines Projektes lässt sich ein neues Template mit dem Add-Button in der oberen linken Ecke erstellen. Sie können von hier aus außerdem Ordner für Ihre Templates erstellen oder Templates den einzelnen Gruppen zuordnen. In LabFolder entsprechen die Templates den Einträgen, mit denen auch in den Projekten selbst gearbeitet wird. Wenn Sie also in LabFolder ein Template erstellen, erstellen Sie einen Eintrag, den Sie immer wieder verwenden und einfügen können. Dabei haben Sie auf die gleichen Funktionen Zugriff, die Sie auch innerhalb der Einträge in Ihren Projekten nutzen können. Sie können Texte und Tabellen erstellen, das Skizzen-Tool nutzen und Datenelemente hinzufügen. Zudem können Sie den Templates auch Tags hinzufügen, um sie so besser auffindbar zu machen. In eLab FTW erfolgt der Zugriff auf die Templates über das User Panel. Dieses erreichen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke klicken und die Option User Panel auswählen. Klicken Sie nun auf den Reiter Templates. Von hier aus können Sie auf bereits erstellte Templates zugreifen und diese bearbeiten sowie neue Templates erstellen. Klicken Sie hierzu auf die Create-Schaltfläche auf der rechten Seite. Nachdem Sie einen Namen für Ihr Template gewählt haben, wird das neue Template geöffnet. Hier gibt es die gleichen Möglichkeiten zur Inhaltsgestaltung wie auch beim Erstellen von Experimenten. Es gibt einen Texteditor, sowie die Möglichkeit, verschiedene Schritte zu erstellen und Items von der Database zu verlinken. Außerdem können Sie auch für Templates Tags erstellen, um eine bessere Auffindbarkeit zu gewährleisten. eLab FTW erlaubt außerdem den Export und Import von Templates. Haben Sie ein Template erstellt, können Sie dieses über das Kontextmenü auf der rechten Seite als eLab FTW .tpl-Datei herunterladen. Die Funktion zum Importieren von Templates befindet sich beim Button zum Erstellen eines neuen Templates. Klicken Sie hierzu auf den Pfeil neben der Schaltfläche Create und dann auf Import from File. Möchten Sie ein Template für ein Experiment nutzen, können Sie entweder das Template als Vorlage für das gesamte Experiment benutzen oder Sie können die Inhalte des Templates in ein bereits bestehendes Experiment einfügen. Um ersteres zu tun, klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Create. Dort können Sie aus Ihren erstellten Templates wählen und eLab FTW öffnet das ausgewählte Template als ein neues Experiment. Möchten Sie ein Template in ein bereits bestehendes Experiment einfügen, können Sie dieses im Texteditor über den Reiter Insert tun. Um das vorhin erwähnte UGSB-Blatt zu einem Template zu machen, haben wir ein neues Template erstellt und das Tabellenelement ausgewählt. Dann haben wir die entsprechenden Spalten und Zellen aus der bereits vorhandenen Excel-Tabelle kopiert und diese in die Tabelle im Template eingefügt. Nach dem Speichern kann dieses nun direkt in das Projekt des Use Case eingefügt werden. Das geht über den Button Add und die Option Use Template. Das Template wird dann als eigener Eintrag in das Projekt eingefügt und kann nachträglich weiter bearbeitet werden. Um dieses Template in eLab FTW zu erstellen, haben wir zuerst über das Kontextmenü in der rechten oberen Ecke des User Control Panel ausgewählt. Dann haben wir über den Button Create ein neues Template mit dem Namen UGSB-Blatt erstellt. Im Texteditor haben wir dann durch Klicken auf Insert und Table eine Tabelle erstellt. Daraufhin haben wir, wie bei LabFolder auch, die entsprechenden Zeilen und Spalten aus der Excel-Tabelle kopiert und in das Template eingefügt. Um das Template zu speichern, klicken wir auf Save und können über das Menü zu unserem Experiment zurückkehren. Hier können wir das Template nun über Insert Template in den Text einfügen. Hier fällt auf, dass eine Tabelle dieser Größe in eLab FTW etwas unübersichtlicher ist als in LabFolder. Ein Beispiel für ein Template, das mehr als nur das Tabellentool nutzt, ist das PCR-Protokoll. Im vorgestellten Use Case wurde die DNA isoliert und amplifiziert, also vervielfältigt. Hierzu wurde eine Polymerase Kettenreaktion, kurz PCR, durchgeführt. Für die PCR existiert bereits ein Protokoll, das sich gut in ein Template umwandeln lässt. Dieses beinhaltet Text, zwei Tabellen sowie ein Bild des Produkts. Ein Template, mit dem sich die PCR gut protokollieren lässt, sollte also ein Textelement, ein bis zwei Tabellenelemente sowie ein Platzhalter-Element für das Bild beinhalten. Um dieses Template in LabFolder zu erstellen, haben wir als erstes ein Textelement erstellt und dort Datenabfragen wie Autor und Datum eingegeben. Als nächstes haben wir ein Tabellenelement erstellt und die zwei Tabellen aus der bereits bestehenden Excel-Tabelle dort per Copy & Paste eingefügt. Als nächstes Segment haben wir ein Datenelement erstellt, indem wir die Temperaturen für den Thermocycler in den drei Schritten Denaturation, Annealing und Elongation eintragen können. Wir haben für jeden der drei Schritte eine Data Group erstellt und in dieser Data Group zwei Numerical Data Elements eingefügt. Eines der Elemente für die Temperatur in Grad Celsius und das andere für die Zeit in Sekunden. Anschließend haben wir ein Element erstellt, in dem eine Datei hochgeladen werden kann. Hier soll dann das Bild hochgeladen werden. Dieses Element haben wir per Drag & Drop neben das Datenelement gezogen. Am Ende des Templates wurde von uns schließlich noch ein weiteres Textelement für eventuelle Anmerkungen eingefügt. Das gleiche Template haben wir auch in elab-ftw erstellt. Da elab eine andere Struktur bietet, die nicht von Elementen Gebrauch macht, war die Vorgehensweise hier entsprechend unterschiedlich. Wir haben elabs Textfeld genutzt, um Überschrift und die anfängliche Datenabfrage einzutragen. Daraufhin haben wir drei Tabellen erstellt, die den Tabellen der Excel-Datei entsprechen. Da das Tabellentool von elab-ftw allerdings deutlich weniger Funktionen als Excel oder auch das Tabellentool von lab-folder bietet, ist die Präsentation dieser Tabellen nicht so gut gelungen wie zuvor in lab-folder. Da elab zudem keine Funktionen wie die Datenelemente in lab-folder bietet, haben wir für die verschiedenen Schritte der PCR auch eine Tabelle erstellt. Anschließend haben wir noch mit Text markiert, wo das Bild eingefügt werden soll. Dieses muss vom Nutzer hochgeladen und dann per Drag & Drop an Ort und Stelle gezogen werden.